Hallo meine lieben Ananischen und willkommen zurück bei Sweet Amores Schulleben Episode 24. Wir beginnen den vierten Part und wir suchen Nina, weil sie sich irgendwie seltsamer benimmt als sonst. Ich hab nicht den blassesten Schirm, wo sie ist, wenn ich ehrlich bin. Ah, da. Wow! Er ist nicht da! Er ist niemals da! Wer? Lysander? Ich muss einen Weg finden. Nina, du fängst an mir Angst zu machen. Es ist niemals der richtige Moment, aber ich werde es schaffen. Okay. Sie lief überstürzt davon. Vielleicht sollte ich in den nächsten Tagen Lysander Bescheid geben. Sie sieht so aus, als würde sie kurz vor einem Nervenzusammenbruch stehen. Nina war schon sehr komisch damals, ne? Sollen wir jetzt nach Hause gehen oder was ist das Ziel? Ja. Ich hab das Gefühl, dass du in letzter Zeit immer später nach Hause kommst. Papa, ich kann doch noch etwas spazieren gehen oder etwa nicht? Natürlich. Aber ich mache mir Sorgen wegen dir. Ich finde, dass du dich verändert hast. Ich möchte einfach nur sicher gehen, dass du vernünftig bleibst. Du hast gar keinen Grund, dir Sorgen zu machen. Das versichere ich dir. Vor allem, weil ich wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens Single bleiben werde. So wird wenigstens einer glücklich. Ja, der Papa. So wie mein Vater sich verhält, hätte er sicherlich Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass ich mit jemandem ausgehe. Noch eine schlaflose Nacht. Ich muss wirklich lernen, mich zu beherrschen. Am nächsten Tag bin ich mit einer ziemlich schlechten Laune aufgewacht. Ich kann nicht anders, als an Pia zu denken. Ehrlich gesagt, unter normalen Umständen hätte ich sie sogar nett gefunden. Vielleicht wären wir auch Freundinnen geworden. Aber in den letzten Tagen war es so, als hätte ich sämtliches Vertrauen in mich verloren und als ob sie mich ständig unbewusst daran erinnert hätte. Ich fange jetzt an, das Schulleben in Frage zu stellen. Motiviere dich ein bisschen. Wie motiviert man sich denn? Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass die drei hier etwas im Schilde führen. Sie sehen doch irgendwie zufrieden aus. Zu zufrieden. Pia sollte das sicherlich berücksichtigen und Acht geben. Kommt nicht in Frage, dass ich ihr helfe. Oder? Es ist nicht so, als würde ich mich darüber freuen. Aber ich muss das verhindern. Ich finde es nicht gut, dass ich das jetzt so entscheide. Aber ich helfe ihr nicht. Ich habe so langsam satt, jedem zu helfen. Ich betrachte das Gymnasium. Oh Gott, ist das seltsam. Amber verhält sich irgendwie verdächtig. Ich hoffe, dass sie nichts anstellen wird. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei all dem. Du musst dich nicht sorgen. Amber ist erwachsener geworden. Ja, nee. Ich sage es dir. Sie war irgendwie komisch. Ich habe da ein ungutes Gefühl. Ich habe ein ungutes Gefühl. Aber ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich vertraue deinem Urteil. Wir sollten sie besser finden, bevor sie irgendwas anstellt. Ja, aber nein. Letztendlich lief der Tag ohne weitere Zwischenfälle. Vielleicht hat ja der Streich von Amber nicht geklappt. Das wäre schön. Pia ist dabei, Sachen in ihren Spind zu suchen. Plötzlich kam Amber mit einer Schere in der Hand aus der Klasse. Sie schlich sich ganz leise an Pia heran. Sie wird ihr in die Haare schneiden, dieses Miststück. Pia drehte sich zu Amber hin, die sie überrascht anschaute. Ich verstehe. Sehr erwachsen, Amber. Aber weißt du, dass es schon mehr als ein paar abgeschnittene Strähnen braucht, um mir die Laune zu verderben? Au. Ich glaube, dass du weniger die Stolze gespielt hättest, wenn ich den Plan durchgezogen hätte. Mach dich doch nicht lächerlich. Ich hatte früher auch mal kurze Haare. Das würde mich überhaupt nicht stören, sie wieder so kurz zu tragen. Ist gespeichert. Sie versinkt in ihrer Dummheit. Ich glaube es nicht, wie egal Pia das Ganze zu sein scheint. Sie hat Amber definitiv zu verstehen gegeben, dass sie sich das nicht gefallen lässt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob du den Schock verkraften wirst. Du Arme, du kannst ja immer wieder versuchen, mich auszutricksen. Das würde ich gern sehen. Unbedacht hob Pia die Hand, mit der sie die Schere festhielt. Hä? Hatte Pia... Hatte Pia... Amber die Schere weggenommen? Aber ja, offenbar hat sie ihr schon ein paar Strähnen abgeschnitten, wie man hier sieht. Ach ja, Amber trägt dann ja kurze Haare. Amber fasste sich an ihre Haare und innerhalb von einer Sekunde verzerrte sie sofort ihr Gesicht. Du Kleine! Hölzüberkopf lief sie in Richtung Toiletten. Sicherlich um sich den entstandenen Schaden im Spiegel anzuschauen. Das war knapp. Aber wie hast du das gemacht? Ich stand vor euch und ich habe nichts gesehen. Glaub mir, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, die Neue in der Schule zu sein, dann entwickelt man sogenannte Anti-Schikane-Fähigkeiten. Nicht schlecht, Miss Ninja. Das war sehr beeindruckend. Castiel war auch da. Er und Pia müssen wohl an derselben Schule ausgebildet worden sein. Ich habe ihn nicht mal kommen sehen. Pia schaute ihn auf eine Art an, als würde sie versuchen, seine Gedanken zu lesen. So schafft man kein Vertrauen, wenn sie nur woanders hingucken könnte. Hast du noch andere derartige Talente? Ich könnte euch vielleicht noch überraschen. Auf jeden Fall ist es schön zu sehen, dass sie auch mal jemand von den Sch... Vor die... Auf jeden Fall ist es schön auch mal zu sehen, dass sie in die Schranken gewiesen wird. Vor allem, weil du ja erst seit kurzem da bist. Hut ab. Ich bin vielleicht etwas zu weit gegangen, aber ich hatte es langsam satt geärgert zu werden. Für so ein hübsches Mädchen bist du aber ganz schön tough. Kann er mal aufhören, ihr Komplimente zu machen? Ich erkenne ihn gar nicht wieder. Und du? Für so einen zurückhaltenden Jungen finde ich dich aber ganz schön aufmerksam. Ich bin jetzt auch nicht asozial. Hoppla, man könnte meinen Pia hat da einen ganz wunden Bunk getroffen. Und das ist bei Castiel noch nie vorgekommen. Im selben Moment klingelte die letzte Schulglocke. Wir gingen alle aus der Schule. Hm, naja, also ich gehe da lang. Schönen Abend. Oh, schade. Ich wohne auf der gegenüberliegenden Seite. Du solltest echt mal aufhören, mir zu folgen, hm? Ich habe dich gelobt, aber bitte leh da jetzt auch nicht zu viel drauf ein. Denk, was du willst, aber ich bin in die Südseite der Stadt gezogen und das ist nun mal Fakt. Willst du mir etwas sagen, dass wir Nachbarn sind? Das kann gut sein. Das ist ein Albtraum. Und ich werde jetzt aufwachen, definitiv. Ich habe das Gefühl, eine Ewigkeit gebraucht zu haben, um mich Castiel anzunähern. Und sie hat das in fünf Minuten geschafft. Bis später, Wohli. Mach dir einen schönen Abend. Die beiden entfernten sich. Castiel muss etwas Komisches gesagt haben, weil ich Pias Lachen gehört habe. Sogar ihr Lachen finde ich unerträglich. Es ist perfekt. Nicht zu stark, nicht zu laut. Genau richtig, um zu zeigen, wie wohl sie sich mit ihm fühlt. Ähm, aber was macht sie denn noch? Ja. Sie legt ihre Hand auf seine Schulter, als würden sie sich schon seit Ewigkeiten kennen. Das ist nicht wahr. Man sollte ihr doch mal wirklich sagen, dass sie sich beruhigen soll. Aber Castiel sagt überhaupt nichts und mir bleibt keine andere Wahl, als zuzusehen, wie die beiden sich zusammen entfernen. Ich fühle mich so dämlich. Ich hätte mich niemals getraut, mich ihm so zu nähern. Aber das ist auch sicherlich mein Problem. Ich habe nicht gehandelt. Ich habe immer von Anfang an gewartet, dass die Dinge von alleine passieren. Pia wird sich vielleicht alle Jungen schnappen, aber ich habe immer noch einen Vorteil. Ich kenne Castiel bereits schon seit einer ganzen Weile. Auch wenn ich mich bis jetzt nicht getraut habe, so direkt zu ihm zu sein, gehen unsere gemeinsamen Erlebnisse weit über das, was er gerade mit Pia erlebt, hinaus. Dieses Mal ist es entschieden. Ich werde aufhören, so passiv zu sein und endlich handeln. Wenn ich nichts mache, dann will Pia oder ein anderes selbstbewusstes Mädchen nicht zögern, es an meiner Stelle zu tun. Ich muss nur herausfinden, wie ich die Dinge anstellen soll. Oh ja, okay. Dann bewerten wir diese Episode noch. Die Story war okay. Ich fand es ein bisschen nervig tatsächlich. Die Illustrationen waren super, zumal man theoretisch alle bekommen konnte. Das Outfit ist okay, aber es kam jetzt auch nicht wirklich zum Vorschein, weil wir ja nicht auf einem Bild waren. Momente mit meinem Schwarm waren so lala, weil ich hatte nicht wirklich welche. Und die Spielperformance war echt gut. Okay, dann würde ich sagen, wir starten das nächste Mal in Episode 28. Das fast perfekte Dinner. Wo wir das Doppeldate offenbar mit Rosalia und Leigh starten. Ich bin gespannt, was da noch so bei Rom kommen wird. Ihr auch? Dann schaut doch beim nächsten Mal wieder rein. Ciao, ciao, meine lieben Ananasien. dann schauen wir mal an. Und dann schauen wir mal an. Vielen Dank.